Was ist los in dieser Welt? Wird viel zu warm, die Menschen verstehen sich nicht mehr, wird es wie in Babylon, das Chaos nimmt überhand. Die Welt versinkt im Strudel der Unvernunft, die Natur eher, wird versinken wie im Wüsten und Sand. Menschen gehen aufeinander los, wo bleibt die Liebe und die Solidentität bloß. Wird es wie in Babylon, läuft alles aus dem Ruden und läuft alles davon. Die Erde mit ihrer Natur wird sich rächen, sie wird sich letztlich nicht mehr weiter knechten. Denn lasst endlich die Vernunft, die überhaupt behalten. Denn wir wollen unsere Erde, so wie sie ist behalten. Schluss mit Krieg, Hunger und Machtgeschichte. Lasst nicht zu, dass die Gierigen alles vernichten. Wird es wie in Babylon, das Chaos nimmt überhand. Die Welt versinkt im Strudel der Unvernunft, die Natur reagiert, versinken wie im Wüsten und Sand. Menschen gehen aufeinander los, wo bleibt die Liebe und Solidarität bloß. Wird es wie in Babylon, läuft alles aus dem Ruden und läuft alles davon. Wird es wie in Babylon, läuft alles aus dem Ruden und läuft alles davon. Wird es wie in Babylon, läuft alles aus dem Ruden und läuft alles von Ruden und läuft aus dem Ruden und läuft alles von Ruden. Untertitelung des ZDF, 2020